. Liebe Fans, heute spielen wir Hockey Tic-Tac-Toe. Hier geht es darum, genau ins Feld zu tupfen. Wenn du das Feld tupfst, musst du einen Spieler sagen, der schon in beiden Teams gespielt hat. Der, der zuerst eine Reihe voll hat, hat gewonnen. Ich fange an. Martin, bist du bereit? Ja. Zürich und Genf, oder? Zürich und Genf. Christian Martin. Das stimmt, oder? Ja. Vorher gut zugehört. Sauend. Hey. Viel Genf. Bielo. Geil. Marco Maurer. Das war mal nichts. Nein, das ist nichts. Nein, das ist nichts. Wow, Lugano-Zürich. Nein. Nein. Zeig etwas. 15 Sekunden. 15 Sekunden. Wer hat noch Lugano gespielt? 15 Sekunden sind vorbei. Der Samuelson. Lugano angespielt. Du zählst mit dem Ball. Samuelson. Zürich. Zürich. Zürich, Rappi. Roman Czerwenka. Nicht schlecht. Ich weiss gar nicht, wo er schiessen. Der ist aufgestanden. Der ist aufgestanden. Ok. Ok. Ich habe ihn getroffen, oder? Ja, ja. Das war schon gut. Das war schon gut. 14. 15. Nein. Nein, wahr. Ich bin Dani. Nein. Ist das Rappi Biel? Rappi Biel? Zählen bitte. Ich habe den Hügel. Oh, jetzt. Lugano-Zürich. Lugano-Zürich. Also 50. Hey, bist du im Zählen? Hey, hey, hey. Ah, Pettersson! Hey! Ja! Der Ausländer, der Pettersson! Ja! Ich bin die Vögel!